Mein Name ist Sascha Rabe und ich habe mich im Rahmen von Bewerbungsgesprächen aus der Branche mal mit jemandem ausgetauscht, der sagte, es ist ganz wichtig, dass ich das beste Produkt habe, was ich meinen Kunden anbieten kann. An der Stelle übrigens, es war kein Makler, es war ein Mehrfachagent. Also einem Makler würde ich das vielleicht noch zutrauen, einem Mehrfachagenten auf gar keinen Fall. Aber du begibst dich da natürlich in eine große Falle, denn die Produktauswahl triffst nicht du, die trifft dein Vertriebsunternehmen. Und an der Stelle ist es auch so, du bist austauschbar, weil das Produkt gut ist, dann kann es jeder verkaufen, im Zweifel auch das Internet. Deswegen, wenn du erfolgreich auf Dauer sein willst, häng dich nicht an Produkte, sondern schaffe Mehrwerte für deine Kunden durch deine Beratung und deine Persönlichkeit.